Es war wieder eins von diesen Wahnsinns-Derbys. Ja, und das sind ja die Siege, die ganz besonders lecker schmecken, wenn du den Erzmibalen in die Knie trinkst. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manny Bräugmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut. 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 Machen Sie es gut.